Ich hab die Demo ja gezockt, vorher war ich noch unsicher, dann kam die Demo raus, die hab ich gezockt und dann nach der Demo dacht ich mir, fuck, dat Geld bin ich los. Okay, gut, wir haben Worte über die erledigt, hat sich erledigt. Da dacht ich mir so, ist alles klar Square, shut up and take my money. Sorry, aber dat muss ich jetzt wissen. Hast du es in die Direct gesehen schon los? Äh, jo. Ich noch nicht. Also, ne, jetzt nicht spoilern, aber... Also, ich bin nicht enttäuscht, sag was du. Ja, ich auch nicht. Ich hab mit dem ich mal ein Deutsch-Nachheberlehrer angeschaut, als wir Französisch gelernt haben. Frag's nicht. Ah, Deutsch-Nachheberlehrer, also, okay. Französisch gelernt, alter! Ich wollt's nicht sagen. Puh, Sachen, die man nie auf den Kontext reichen sollte. Digger, warum? Ich muss immer festhalten für die Nachricht. Die Herzen hast du geblutet, alter. So, fangen wir mal entspannt weiter, der Bot hinter mir, oder? Und während wir gelernt haben, haben wir sie nebenbei angehört. Es waren Momente dabei, da habe ich sie weggefallen. Ja, also, ich sag mal so, es war... Also, ich habe sie auch nur so am Rande auch nochmal nebenbei auf der Arbeit halt geguckt und dann hinterher nochmal so durchgeskippt. Es war jetzt kein absolutes Highlight dabei für mich, sag ich jetzt mal, aber doch von das war so dicklich. Doch! Aber das eine E-Mate fand ich jetzt schon geil. Da haben wir jetzt schon einiges nicht gemacht. Nee, Chaos-Nachheberlehrer, das machen wir dann, wenn der Marco wieder dabei ist. Ich habe es extra mal weggelassen für die erste Runde. Alter! Ach, fuck it! Warum fährt denn da ein Pilz an mir vorbei? Wenn er geistert. Das ist eine Schweinerei. Das gehört verboten. Ja, ja, das gehört doch völlig hinaus, Chaos-Nachheberlehrer. Es ist verboten, in toten Perioden am Boden die Rotensvorknoten. Drum ist es ja verboten. Oh, die Grüne! Oh! Die Sackrate, ey. Oh, die Grüne! Afro-Man ist auch mit am Start hier. Pokémon! Na, wir können schon haben die... Na, wir sind der Besten! Nee, Pokémon! Das ist ja neu. Das ist ja neu. Mit dem Singen solltest du noch mal überdenken. Bei mir läuft ein Lied. Leck da! Du bist in weeeeg! Mach Platz! Ich bin der Landvogt! Ich bin der Landvogt! Ja! Du hast dich mit deiner letzten Feuerkühlung gepoppt, ne? Erzab! Genau! Genau in dem Moment, als ich meine Rote gepoppt hätte. Ach du dreckiger! Ach, die scheiß Blaue! Da kommt ne Blaue! Ja, da kommt ne Blaue! Ja, okay, ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Äh, ja! Der ist noch hier! Er ist noch hier! Ich würd sagen, der ist mein Chat! Eins in den Chat! Eins in den Chat! Eins in den Chat! Das läuft aber auch so wie bei Tomatenmark, oder? Ich mag Tomatenmark! Ich hab auf der Switch original eine League of Star Wars gewonnen! Ja! Bei mir gab's halt, wo ich mir die Switch zugereckt hab, gleich Madoka dazu! Jetzt, jetzt, jetzt kommt jetzt aber die Frage, welches! Das ist jetzt die Frage! Boah, die Grünen, Alter! Die Wappen war mies, Schulle! Dafür stirbst du! Hä? Wen hab ich denn getroffen? Das ist ja beide uns ist wert! Mich, Meiner und Muscle! Aha! Hat er sich, hat er sich Pokémon Schild genommen? Hat er sich Pokémon Truppe oder Karmesin genommen? Oder war so einer als Pokémon... Direkt da! Die letzte Scheiß-Banane! Let's play the Touch and Evoli! Das, actually, das ist ein Scheiß-Gelb! Glaub ich aber auch! Das ist der einzige Pokémon, der... ...die ich nicht hab für die Switch, ne? Das einzig lustiger an diesem, äh... ...die Elektro-Evoli oder Pikachu ist dass... Nöööööööööööööö! Man sieht lustiger, ein Elektro-Evoli oder Elektro-Pikatsu ist einfach nur das äähm... ...dass das... ...n größten Wesen-Player hat. Alter! Boink-Klipp! Ey, ich hab das auch benutzt für Pokémon GO! Für Meika! Boink-Klipp! Blaue! Nice, ich bin Erster! Danke für die Rote! Und jetzt, spannend! Die Rode tut nicht so wie die Blaue. Boah, du bist so ein schlechter Mensch. Oh, hat sie getroffen? Hat sie getroffen? Mach den nieder! Streck den nieder! Mach den nieder, immer wieder! Opfergabe, Opfergabe! Nee, falsches Spiel. Nö, ach, kommt nicht noch eine Rode. Marcel, lass mich vorbei! Ja. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich mach den Platz. Lass mich Arzt, ich bin durch. Mach den Platz! Ui! Ich schiebe noch eine Rode. Nee, mach auf! Ja, dann ballt die, ballt die, ballt die. Voll ein Flipp. Voll ein Flipp. Kannst du mal bitte jemanden Papier-Tübel dringen? Oh, ne Blaue! Oh, die Scheiß-Pumpe, Digga! Ach, komm on! Ach, komm on! Ich hab's dir extra nur nach vorne geworfen. Drecks Blaue! Voll ein Flipp. Jo, Yoshi, Alter! Oh, mach keinen Scheiß! Ach, du dritten schlichter Mensch, ey! Und zwar du! Ach, du bist doch ein hässlicher! So ein hässlicher Eumel! Mann, schreiner Diamanten! Hab ich auch gezockt, ja! Opfer-Paper schreibt er, oah! Ist auch mein Stream die ganze Zeit abgekackt, dann hab ich nach dem dritten Mal gesagt, nee, mach ich doch nicht. Bond-Clip? Ich hoffe doch mal, mein Internet läuft jetzt stabil. Ist auch kein Wunderbund, ne? Wunderfunk, ein paar Mal auf Twitter geschrieben. Wir haben ein paar Sachen geändert, sagen sie. Gucken wir mal. Ja, was auch geil ist, ich hab Telekom angeschrieben, dass ich hier voll die miesen, äh, mobile empfangen hab. Haben sie gesagt, nö, kann es sein, wir haben nichts gemacht. Und das hast du nicht gesehen, hab ich gemeint. Auf der Arbeit hab ich voll den Fang, also mein Handy kann sich liegen. Und, äh, wenn ich so bei meinem Windows schon nachschaue, wir haben auch das Problem. Ja, hm, 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 hm. Dann schreibt sie mir auf Twitter, ja, hm, hm, wir machen jetzt sechs Wochen, achtet, äh, im Mobilfunk bei euch, und dann soll das wieder funktionieren. Aha, also ist doch irgendwas! Hm, irgendwas ist immer. Aber auf zuerst muss man sagen, nö, nö, nö. Voll den Flipp. Voll den Flipp. Ach komm, ey. Ja. Voll den Flipp. Aaaaaaah. Hier. Entschulde, du, Alter. Du hast ja grad so auf der Strecke gestanden, das musste ich, das musste ich mitnehmen. Ja, ich stand auf der Strecke. Und du nimmst mich nicht mit. Doch, hab ich doch. Aber so richtig schön mit nem Stern. Mensch, bleib hier! Der geilen Namen trägt, ne? Mach mal, mach mal die Augen zu, komm. Mach mal Augen zu. Ne, ne, ne. Mach mal Augen zu. Doch, jetzt schon, ich seh nix. Scheiße. Ich mach doch mal Augen zu. Ich seh nix! Ui! 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 Einen Stern. Voll den Flipp. 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 Blaue. Ja, jetzt sitzt jetzt. Ja. Da ist er. Ach, Schmutz! Komm schon, komm schon, komm schon, drück! Oh, sechster noch voll. Zick paper auch noch? Ja, das ist, äh, passiert ja öfters mal, ja? Ja, ich, äh, oder. War absolut, bisschen verkampft. Aber jetzt bin ich hier da. Brian, ich hab mich vermisst. Guck mal, der Mark möchte deine Laune versorgen. Wie, wie schafft der das? Voll den Glück. Am besten, wenn er hier als beim Follow-Gall ist. Hehehe. Hehehe. Du, der stirbt. Bist du ein hässliches Kind. Man! Brian, bist du als David in der Lobby? Wow! Ne, ich schaue, äh. Joy ist gleich. Ich muss noch kurz meine Time-Training zu entspielen. Ach so. Dann muss ich, äh, hier. Paper verhalten. Geht nicht anders. Oh, sch... Leute! Es gibt jemanden auf diesem Kanal, der mich unterstützt! Wuh! Kann ich mal wieder stehen. Du warst schon, dass der Paper... Du warst schon, dass der, dass der Paper, äh, der Fortnite-Vereter ist. Ja. Fortnite-Vereter. Ja. Ich spiel Fortnite. Stopp, 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 stopp. Ich habe jetzt einen Fortnite gesprungen von meiner Klasse. Lüge. Das ist keine Lüge. Das ist eine bittere Wahrheit. Na, 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 na. Weil, boah, wüsst ihr, dass ich Fortnite spiele? Also, als ich nicht habe. Ja, und weil du freicher Fortnite gespielt hast. Oder beim Hebel hier von der Dörfer gerade fühl ich sich voll umher an. Ooooooh! Da hab ich... Da hab ich... Da hab ich... Da hab ich bei einem Streamer mit gespielt. Das war schon deine Klasse, wie ich das tun hätte. Das war ein anderes, ich dachte, ihr meinten... Ich dachte, ihr meinten, ich war ne 5 Stunden Fortnite. Ey, aber das, weil ich am Freitag habe ich... Ich bin völlig im Streamer mit. Sag mal, hebst du dir für mich auf, du Assis? Nein, ich hab nicht gewonnen. Ich bin eh schon gebrochen heute. Kernpenner. Mann! Kernpenner? Uiuiuiui Boah Erdhaft, ey Der war im Bus im Paper Brian, hat dir meine Nachricht jetzt eigentlich noch geholfen? Ja, perfekt, dann geht das Dann müssen wir nur noch einen Tag finden Also ich persönlich hab jetzt ein langes Wochenende Klasse Ich hab jetzt ein langes Wochenende von Das Dienstag Alter, ey Du kommst aber auch perfekt zum runden Ende Jawoll, Silber Boah, wer hat denn diese scheiß Blitze gehabt, Alter? Bon clip Boah 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 Boah